Ja, viele Zweikämpfe, intensive Handlungsschnelligkeit, dass wir einfach schnell umschalten, offensiv wie defensiv. Und heute ging es auch einfach darum, wieder viele Zweikämpfe zu für ein intensives Training auf Kleinfeld. Also jetzt noch nicht das große Spielfeld, aber einfach, ja, intensives Fußballspielen. Ja, erstmal bin ich ganz gut reingeschaltet in die Liga für mich. Also ich denke, mit der dritten Liga konnte ich mich ganz gut anfreunden. Also das ist in Ordnung. Natürlich gibt es auch immer Sachen, die man verbessern kann. Ich glaube, die gibt es überall. Ja, in der Mannschaft, denke ich, komme mit allen ganz gut aus. Also fühle mich ziemlich wohl hier. Ja, ich glaube, wir dürfen uns aus den drei Niederlagen nicht zu viel Negativität daraus ziehen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir unsere Schlüsse daraus ziehen und unsere Lehren daraus mitnehmen, aber jetzt nicht mit irgendwie mit Angst oder mit Negativität ins Spiel reingehen. Ja, ich glaube, wir fahren nach Berlin, um dort auch zu gewinnen. Also das, so gehen wir jedes Spiel an und da werden jetzt nicht nach drei Niederlagen irgendwie den Plan umwerfen. Ja, ich glaube einfach, dass wir wieder unsere Intensität auf den Platz bringen und, ja, wieder dahin kommen, wo wir am Anfang oder jetzt auch die Spiele, die wir davor gewonnen haben, dass wir einfach wieder dorthin kommen und unsere Leistung auf den Platz bringen. Ja, was dann genau ist, vielleicht die Kaltschneuzigkeit wieder vor dem Tor, dass wir unsere Tore machen, dann hinten wieder besser stehen und konsequenter verteidigen und dann auch die Umschelt-Situation, zweite Bälle, dass wir da einfach noch konsequenter sind. Ja, ich glaube, die Rahmenbedingungen sind da am Freitag auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, Freitagabend, Flutlicht in Berlin, das freut man sich natürlich als Fußballer. Ich habe darauf jetzt eigentlich noch keine Antwort. Also, ist einfach schwer zu sagen, aber es stimmt schon, dass wir in der ersten Halbzeit uns immer vielleicht ein bisschen schwerer tun. Wir hatten auch schon gute erste Halbzeiten, so ist es nicht. Aber ja, vielleicht in der zweiten Halbzeit, dann ist ja auch irgendwo ein Lob an unsere Fitness, dass wir in der zweiten Halbzeit noch mal nachlegen können. Aber du hast schon recht, dass wir auch in der ersten Halbzeit noch bei uns dann zulegen können. Ja, ich denke schon brutal wichtig einfach, dass man jetzt einmal wieder in die Erfolgspur kommt. Ich glaube, man hat es nach den zwei Niederlagen da am zweiten und dritten Spieltag gesehen, wenn man da in so einen kleinen Flow reinkommt. Dann spielt es sich einfach ein bisschen einfacher und ich denke, ja, deswegen wären jetzt drei Punkte nicht schlecht in Berlin.